hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft evolve ja hallo mein gott wie krank wie krank aber echt ein battery tower bauen können hier hier noch so soll man sich noch batterietower bauen so ein klein du hast ich meine du hast ja schon mal da so 32 stück das hat jetzt resonant die können wir aber einfach zu präsent machen ja brauchen wir die noch upgraders ja aber wir kriegen die noch nicht mal voll und solange wir die nicht vollkriegen wochen wir die auch nicht abgeben ich brauche diamanten richtig viele keine ahnung so 50.000 stück wir können das ja wir können das ja automatisieren von diamanten man kann auch jemanden herstellen ach so ja mit kohle mit kompressor ok warte mal ich guck mal nach was man da alles machen kann ja man muss mehrere sachen nacheinander bauen ja diese kohle chunk musst du kompressen genau dann brauchst du obsidian für kompress kohle ja und wie war das noch mal mit mit eu wir konnten das irgendwie umwandeln oder wie war das umwandeln du kannst das wozu du kannst ja nutzen ach so ja stimmt genau also wir brauchen wir brauchen wir haben das segmel der kompressor brauchen wir eine kompressor segmel wo soll man das hinaufkommen wir bauen dafür irgendwo hier in coolen coolen raum irgendwo bauen wir das hier sollen wir hier die wand einreißen die bibliothek weg machen das irgendwie da so machen ohne jetzt keine wände einreißen das ist zu schade drum weil die wollte ich eh weg haben hier die nervvoll finde ich eh weil wir da immer immer drum herum fliegen um die fick wand hier in der mitte wieso hier die muss weg ich komme noch durch nein die wunderschöne wand ist aber fliegende köpfe wir können die sachen von oben nach unten nehmen ist auch scheiß dann ziehen wir wieder halb um wieso ja weil oben haben wir ja einen kompressor ich würde dafür jetzt einzeln was bauen hier einfach ein einzelnes setup so ganz cool eigentlich okay warte mal dann brauchen wir ein kompressor weil ich bin eigentlich dafür dass wie ne las mehrere kompressoren machen was dauert so lange das drei stück oder so machen weil ich würde das inscriber setup hier unten auch weg ist kann ich kann es gerade nur zwei machen hängt dran hat läuft er über nacht also ist dann scheißegal zwei reichen locker also kompressor brauchen wir brauchen segmels ja zwei stück die sind alle weggeflogen sehr gut ja flint müssen wir dann exportieren aus dem me davon dürfen wir eigentlich auch mehr als genug haben ja 115.000 obwohl eigentlich brauchen wir ja auch ein auto crafting table ne ja haben wir aber auch oder haben wir nicht schon einen ich meine es liegt an dem system ja jetzt habe ich ja voll viele research notes aufgesammelt auto enchanter ist enchanter näher haben wir nicht hätte ich jetzt schon geschworen krass aber warte mal von ender.io gab es doch einen oder bin ich panne ja warte mal geh doch weg du kleiner scheiß block ey ich habe eine auto workbench und einen crafter von ender.io ja keine ahnung ich bohre den crafter und guck mir den mal an oh irgendwas fehlt genau das ist jetzt wahrscheinlich das ME system so super billig so oh mein gott nein was denn was denn ja jetzt sieht mir jeder hier wieder bei dem slice and splice oh ups ja dieser z logic controller ja haben wir slice and splice ich hier ich mein wir haben irgendwo einen painting machine ich mein auch dass wir den irgendwo hatten ach hier ja die beiden sachen sind sogar drin am roll solarium ne oder solarium solarium ja hallo wenn du nicht hier bist bist am sonnendeck oh nein wenn du nicht hier bist bin ich am sonnendeck wenn du nicht hier bin ich am sonnendeck das war so blöd ey das war so ein scheiß Lied das war so scheiße und alle fanden das so geil ey ey ich bin blind auf beide Augen und blöd Leute was ist los wo ist der Gret komm wir haben noch 417 coal balls Auto wie jetzt was bin ich behindert im Kopf Auto nicht Auto Workman Auto was war jetzt war doch Auto Crafter oder nicht ja ey leck mich ich finde ihn nicht mehr Ender IO gib doch nicht normal ach da was brauche ich zwei Stück davon Zombie Kopf Silikon äh ja silikone brauche ich auch zwei Stück und was brauche ich noch ey warum verschiebt sich das denn immer wenn ich da drauf klick ich schieb einfach voll die Hand los du brauchst solarium redstone silikon und zombie Kopf und ne eisen axt und die shears naja die sind schon da drinnen das ist gut da Gummijunge machine ich hab jetzt gerade erst gedacht wir jetzt das da raus genommen genau einfach weg dann haben wir einen so ein Ding dann brauchen wir wieder Exportbus Importbus Zwischenkiste boah ey ach jetzt ist das Ding schon im me system kann das sein ja kann gut sein äh Auto der Autobrumrum ne wie ist der einfach nur Crafter ja ich hab den schon gebaut wo soll der hin ich hab mir ne Hand äh ich stell den einfach mal irgendwo hin kurz nur um zu gucken was man da machen kann ja kannst du wahrscheinlich links ein Rezept vorgeben genau und der baut das dann durch alles klar dann muss da Flint rein und Pulverized Coal ja daraus werden dann die Bälle gemacht genau und aus den Bällen machen wir damit äh die werden dann komprimiert im Kompressor und die Dinger die da raus kommen werden auch nochmal kompressed genau ne boah krass alter und Obsidian brauchen wir auch aber wir können eigentlich den Kompressor hier benutzen ne ja das hab ich ja gerade schon gesagt ja ja stimmt eigentlich da meintest du dann können wir auch unten hingehen und da da machen ja ich hatte das jetzt übertriebener Dreck gedacht mit 3,4 äh Kompressoren wenn wir auch richtig viele kriegen warte mal der eine Kompressor muss das doch direkt dann weiter geben ne den nächsten Kompressor oder nicht äh äh ja doch ja generell schon ja eigentlich schon ähm aber ich überlege gerade warte mal wir brauchen Kohle Kohle ja warte mal dann brauche ich Kabel Kisten brauche ich auch eine Kiste nur meine Eisenchests sollte erstmal reichen ach ich soll man das ganz soll man das ganz automatisiert oder halb automatisiert machen weil da brauchen wir wieder extra Devices ne mit Exportbus und so weiter ja puh muss ich halt überlegen das ist ne gute Frage ich will mal irgendwas ausmachen ich meine wenn man ne fette Kiste hat dann kann man das ja erst erfüllen der braucht ja ziemlich lange bis der das abgearbeitet hat gute Frage nächste Frage warte auf die Kiste ach siehste jetzt hab ich die Kabel vergessen ach und die Okta Dickener hast du nicht gesehen zum Beschleunigen zum Beschleunigen war davon welche? Okta ja diese Upgrades ein Okta Dic ist zu wenig holen wir noch einen ah sehr schön oh schade ich hatte gerade gehofft ich könnte hier die Sackmill benutzen äh hier die Bratbank benutzen um ganz viel äh äh Kohle herzustellen der Kohlestaub aber das mach ich jetzt auch ich konfiguriere die eben um warte wie kommst du denn da raus ey Käfer ficken Aua ja hier war vorhin schon mal einer stimmend also da sind noch kleine Lücken wo die durch können wovon was machst du jetzt gerade? ich äh konfiguriere grad die Bratbank um damit wir ganz viel Kohlestaub herstellen können achso du bist da oben ja ich sperre nämlich jetzt einfach hier alles echt willst du soll ich jetzt hier unten nix hinbauen oder was? ne wir machen jetzt hier drüber den Kohlestaub das was meinst du wie schnell wir Kohlestaub kriegen hör mal ja wenn du das jetzt ganz automatisierst dann haben wir hinterher keine Kohle mehr ne ja gut äh brauchen wir die noch sonst wofür also ich meine wir können ja den Dast ich weiß nicht wir können ja jetzt erstmal den Dast herstellen ähm ja und dann äh ja dann gucken wir weiter ja wir können wir können auch noch ein bisschen Kohle zu Kohleblöcken verarbeiten ja genau sonst mach du das noch damit wir da notfalls noch ein bisschen was haben jetzt mach das doch mal eben dauert ziemlich lange wenn man ihn drauf oh hier ist ein Käfer schon wieder? ich hab grad eingekillt der haut mich voll auf irgendwie leckt das auch gerade voll brutal hier geh doch tot du blöder Käfer Arschlochkäfer ey also ich glaub 30.000 Block of Paul sollte erstmal ausreichen ne ja kannst du den mal töten? guck mal der hat es auf dich fixiert Sebastian so so wo wo sollen wir denn dann den Kompressor hinbauen und so sollen wir das dann hier dran machen irgendwie das ist ja auch kacke weil du das hier mit diesen ekelhaften Pipes gemacht hast ja ne 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 die Kompressor wir machen sollen wir nicht zwei Kompressoren oder so machen? ich hab zwei ähm ja die können wir doch einfach noch hier irgendwo aufbauen oder? und die dann mit ach ne scheiße ja eigentlich brauchen wir ja nicht noch mehr oder ja oder wir bauen die einfach unten auf in der Halle weil da haben wir eh das dicke ME Kabel ähm da stehen halt zwei Geräte rum ist doch nicht schlimm eigentlich äh so aber ich hab jetzt Sackmails und alles weißt du? ja oh mein Gott die können wir bestimmt noch mal gebrauchen natürlich ich mein hier können wir das auch hinpacken aber dann haben wir halt nicht so ne gute Stromzufuhr ne ach scheiße soll ich dir was sagen? was denn? ich glaube kann das sein, dass die Bratbank gar nicht mehr am ME hängt? könnte das sein? sollte doch eigentlich noch oder? weil da sind eigentlich auch noch voll viele Erze drin eingestellt sodass sie die hochziehen sollte aber die hat sie eh auch nicht gezogen und ich hab jetzt ne mach die auch nicht weil wir ja andere Erze haben mittlerweile du musst denen ja direkt das Roherz geben ja ich weiß aber aber hier sind fast ja achso ja weil ich hab jetzt hier Kohle die exportier ich hier rein aber hier kommt nix an hm warte mal müssen wir mal gucken ich weiß grad wirklich nicht was ich jetzt bauen soll weil normalerweise blinkt das ME Kabel ja auch ne? zwischendurch immer ne? ja weil das tut es hier nämlich gar nicht soll man das mal hier hin bauen oder so? ich weiß echt nicht wohin hab ich ach wieso komm ich denn hier nicht durch jetzt? lass mich doch hier durch wenn ich das hier hin baue dann haben wir wieder Strohmangel auf jeden Fall alter muss ich mal eben transformieren hier ey in ein Eich ja wirklich nur ein bisschen Strom naja so wo ist der Raven? also warte mal ein Segment da kommt dann Pulverize Coil gedöns ja Alter wo sollen wir das hier hin bauen? ist wieder so ne Sache hier an die Wand wär glaub ich ganz gut weil ich glaub das hängt nicht am ME hier Sebastian hm ich boah das mal eben kurz um hier also warte mal das Ding an das macht dann Coil das geht nach unten und gibt das ab Coil das obwohl der gar nicht wenn der Coil das hat dann muss der Crafter das doch erstmal fertig machen da mal Pull ah jetzt kommt's an und Push ja und da drunter kommt dann der Kompressor da drunter müsste der nächste Kompressor eigentlich so denk ich halt jetzt grad dass das richtig ist ich baue das nochmal ab glaub ich komm mal gleich mal hin ich guck gleich mal ja ich glaub der Kompressor ist kaputt geht wenn ich ein Apo so ein Sohn doch der geht kaputt naja egal ja ich muss nur sagen äh so Acceleration Card ich mein die Bratbank die kann ja ein Special Purpose Objekt bleiben also ne die muss ja nicht dauerhaft so hardcore laufen aber so doch doch ich brauche ja wohl noch einen hä wie sie geht hier trotzdem so langsam oh ich schmerz noch einen hier kommt gar keine Cola an was ich glaube oh mein Gott nein was fehlt mir denn jetzt wirklich Clean Zone fehlt mir jetzt mich verraschen haha aber wieso kommt hier nix an das sagt mir jetzt mal einer hab ich da wieder durchgehackt irgendwas aber da kam noch gerade eine an verstehe ich nicht stimmt irgendwann mit dem E-System und so geht ne ja wo du bist jetzt weiß ich was fehlt Leute ich verstehe das nicht machen wir mal das hier ab oh nein was hast du getan der M-E ist aus echt? ja ok jetzt wieder an ne nein noch nicht dauert immer nur ja muss aber jetzt an sein eigentlich is it? ne ja wie ne ne ich habe aber nix geändert ich habe den Block direkt wieder hingesetzt wo er war Abracadabra da ist jetzt wieder an ja wunderschön äh warte mal kommt jetzt hier nochmal an hier ne das ist alles was ich reingetan habe glaube ich ah jetzt kommt hier zwischendurch mal so eine Kole an du ich muss einfach mehr kann der das direkt nach unten abgeben der Kompressor oder wohin gibt der ab? äh ja ich glaube ja nach unten oder sowas nach irgendwoin gibt der auf jeden Fall ab ja das kann ich jetzt nicht riskieren eigentlich dass ich einfach so soll er mich da um Arsch lenken fertig so sollte der laufen da exportieren ja genau extract always active und da importieren insert ja also Kohle geht runter hä jetzt exportiert der wieder nicht was soll er wieso macht der das manchmal und manchmal nicht ist er behindert oder so? äh bestimmt ein wenig ja aber warum da musst du gleich mal mitgucken ich check das nicht warum also warte mal da kommt dann einfach her genau da packe ich Ding ins Kirchen hin das verstehe ich nicht wo bist denn du gerade? ich bin unten wo du die Wand eingerissen hast ach hier sehr gut einfach ich will mal gucken wie das läuft ach fuck da muss ich jetzt auch noch Stromkabel dran machen ne ich brauche Rednet Kabel und Ender Kabel ja es gibt da auch noch Redstone Kabel von Ender IO ja ich weiß ja Redstone Konduits halt ne ja ja genau dann mach ich mal ein paar Stück ähm boah diese blöde hätte ich doch nicht diese blöden Strips hier überall hingebaut die man so scheiße wegkriegt ey muss ich mich jetzt echt in meine normale Gestalt verwandeln? gibt's doch nicht ist ewig her ich weiß gar nicht mehr wie ich normal aussehe oh nein oh oh mein Gott ey ich hab grad erst gedacht mein Richter wir wieder komplett abscheißen ja 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 aber zum Glück nicht ja fuck äh ist jetzt ein bisschen scheiße positioniert hier aber egal äh ich hab ja einfach mal kurz ist jetzt ein bisschen scheiße positioniert aber egal ich will das wunderschön bauen ja mach doch Junge nein ich brauch gerne scheiße nein bitte nicht also Moment Stromkabel brauchen wir dann von da aus so bam bam so gehen wir da runter so gehen wir da rüber machen da ne das geht da nicht dran das Redstone Konduit ne? das geht da nicht dran nein ja das ist aber schlecht dann das ist wirklich schlecht da brauche ich ein Rednet Kabel dann irgendwelchen anderen weißt du egal wo hab ich denn diese wunderschönen Blocks hier äh ja haben wir noch Rednet Kabel? ich glaub ja oh yeah ja hab ich mal ne Schizzle bei? natürlich nicht so ne scheiße ey das ist doch mal ne so diese Dorn Strips ne was denn? weil es ein bisschen war es ein bisschen sehr hässlich ja jetzt hier was ich hier gerade veranstaltet aber ist egal ich will einfach nur gucken ob das so funktioniert was ich jetzt brauche ist Coal Dust und Flint Coal ne das muss ja Pulverize Coal sein ne genau ich brauche aber mehr davon also ein paar Eier sind da schon drin ne? da sind schon ordentlich welche ja ja aber komm doch mal gleich hier bitte gucken ähm mit dem ME System äh mit dem mit der Bratbank warum hier nix ankommt sag mir das mal so? hier guck mal hier oben hab ich die Filter alles drin ach mach mal hier hä? du weißt mit dem Channel warum er ist nicht wirklich mehr mit dem ME verbunden warum? hätt ich das nicht mal gekappt hier hinten? weiß ich nicht weil da vorhin äh du siehst ja da unten so ne Ecke so ne kleine ne? wo so mehrere Kabel sind ne? so ein 2x2 Feld ja ja wenn ich da da drun das kaputt schlagte an der Ecke wo die Kuh da gerade drauf guckt dann war vorhin das ME hier oben aus also muss es dranhängen ja naja das muss eigentlich dranhängen oder ein neues Kabel hochlegen aber das ist ganz schön ein Aufwand ne? ja das wär echt mega Aufwand vor allem hier hinten sind noch ziemlich viele was kann man denn hier vom Markt machen? warte mal ich schlag hier mal einen Exportbus ab das ist halt chaotisch ey wo hast du den Device Missing Channel gesehen? auch da aber ich hab jetzt noch einen abgeschlagen ja und trotzdem geht das immer noch nicht boah hier unten ist noch voll viel Flint drin Sebastian eine ganze Eisenkiste voller Flint auch noch aber weißt du eigentlich das können doch nicht so viele zu viel sein dann wird doch da oben auch der Monitor nicht funktionieren naja eben da hab ich mir gerade auch gedacht bisschen komisch Kabel zu lang obwohl warte mal wir sind doch direkt hier drunter ne? mit dem neuen Raum da können wir doch ein Kabel hochlegen irgendwo hier legen wir hier in der Seite ein Kabel hoch so ein andersfarbiges Ding oder was? ja aber ich würd sagen das machen wir in der nächsten Folge ok ne? Leute bis morgen tschüss